Hi, hi. Oh, schöner Mann, was machst du denn hier? Sag mal, da du da schon mal gerade stehst und so nett lächelst, könntest du mir den Rücken mit Sonnenöl einreiben? Hast du die zwei Minuten? Oh, total nett, danke. Ja, den Rücken einfach nur. Ja, ja, du kannst dich da hinter mich in den Sand knien. Sehr schön. Ach, herrlich. Du hast ja Hände wie Gold. Ach, ja, es ist schön hier in Spanien, oder? Wo ich herkomme? Aus Berlin. Hört man eigentlich, ne? So eine Berliner Pflanze. Wo kommst du her? Ach, aus Hamburg. Ja, ist ja auch eine schöne Stadt. Wo wolltest du denn gerade hin? Ach, du wolltest dir da an dem Stand was zu essen holen. Ja, wir können gerne heute Abend was zusammen trinken gehen, wenn du willst. Ach, hast du so ein Faible für reifere Frauen? Ja, na, reif bin ich nicht, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie alt ich bin. Naja, ich bin schon ein bisschen reiferes Semester. Aber ich fühle mich immer nur jung. Ach, eine herrliche Rückenmassage. Du hast ja Hände wie Gold. Ja, wir können heute Abend tanzen gehen, na klar. Ich bin jung geblieben. Nein, über das Alter spricht man nicht. Man fragt Frauen auch nicht, wie alt sie sind. Das solltest du eigentlich wissen. Ach, du möchtest wissen, wie alt ich wirklich bin. Na, sag mal.